das war aber knapp laura gern geschehen laura so jetzt machen wir die fertig die loser wenn du so kommunizierst dann wird schwierig aber ansonsten machen wir die fertig die loser ja aber mit was geht es denn am besten ja musst du dir halt aussuchen was du machen möchtest detective ist ganz geil wenn du die fußabdrücke siehst ja also ich nehme am liebsten sachen wo du eine gute waffe hast aber das ist ja beim beim cop eigentlich fast jeder jeder developer ist ganz geil mit den frequenz stör sender der er ist bei support links unten da können die nicht fliegen und nicht fahren da gehen die kaputt die sachen der mit den fußabdrücken kann die fußabdrücke sehen ist ganz geil das ist viel ganz geil ich nehme stacheldraht ja da musst du immer markt also du kannst die fuße tracken kannst dann draufklicken und dann siehst wo die person lang gelaufen ist muss aber dann mal immer mal aktualisieren also noch mal x klicken damit die fußabdrücken natürlich weitergehen okay so das warst du hoffentlich dann mach ich mal sicherlich mal unten ab ja gut okay kannst kameras noch gucken darüber hilft ja alle scheiben hier schon mal kaputt hier ist niemand hier wurde bei den juwelen oben ist da klaut gerade jemand sehr gut nein verdammt scheiße da war vielleicht kurzschlussrecht ja wer hat sich genau vor mir umgezogen ja du hast genau den falschen erschossen ich hatte dich aber auch nicht gesehen ich dachte so boah die sind bestimmt noch nicht hier und gehe dann so rein und denke mich ja scheiße jetzt steht die da ja laura mit dem äh julia mit dem lockeren finger was macht man denn jetzt mal also kannst du natürlich immer noch das gleiche nehmen oder ich nehme inventor da kann ich diese geschütze überall hinstellen ich nehme inventor da kann ich diese geschütze überall hinstellen ich habe voll vergessen ich darf die leute gar nicht hauen ja darfst du nicht ich bin so dumm okay cool ich wünsche dir das super also ob man den treffen kann draußen bei den juwelen da klaut gerade jemand guter call helfen ist nie gut wenn du hoch gehst bei der bar da steht einer und hat eine waffe in der hand also was geht mit den leuten ich habe keine muni mehr das musst du die fragen muss mit der schotty arbeiten draußen bringt einer geld weg wo denn vorne er hat das von den juwelen ich weiß nicht wo er hin ja ich sehe ich sehe sehr gute calls pass auf hier noch mal eine das geld wurde nett abgeknallt sehr asozial ich habe noch ein paar geschütze draußen bei den juwelen wieder rote jacke und grüne mütze NEIN Jetzt habe ich full money Kacke. Oben wurde gerade ein Automat gehackt. Geil. Aber Julia, du machst das extra. Der kommt jetzt runter. Also der ist dir entgegengekommen. Alter. Der Kameras. Das ist ja unfassbar, diese Calls. Das ist ein Glückwunsch. Alter, diese Calls. Ey, da hat ja alles gestimmt. Was ist denn da am Anfang passiert? Ich habe jemanden gehauen. Das ist mir auch schon passiert. Immer diese Polizeigewalt. Ja. Jetzt müsste man linksradikal sein, damit man dagegen vorgehen kann. Ja. Oh. Geil. Geil. Gut. Ja. Ne? Cyberpolice. Ich kann immer mal sagen, wie die Leute aussehen. Okay, also brauchen wir eigentlich den Detektiv gar nicht. Der ist nicht schlecht. Also, wenn du ein Spiel willst, kannst du ein Spiel. Ja gut, dann mache ich ihn noch. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder so schnell sterbe. Ja. Ich nehme einen Virgil. Der hat einen extra Bildschirm für mich unten. Und eine intelligente Kamera, die meldet, wenn irgendwas passiert. Okay. Die habe ich auch direkt an den Juwelen gemacht. Okay, super. Das Piepsen war ich gerade. Oh Gott, das ist nicht so gut. Asozial. Wer hat denn da geschossen? Weiß nicht. Klingt das auf mich? War jetzt sehr unfreundlich. Okay, draußen macht jemand Feuer. Da gucke ich mal. Machst du eine Tür? Geht denn hier eine Tür? Das war ich, sorry. Geh mal hier durch. Bisher kein Geld weg. Das war noch dort, okay. Hier ist Gift, Achtung. Genau da. 43.000 schon weg. Scheiße. Irgendeiner hat mich abgenommen. Ich habe doch gehört, dass jemand eine Waffe gezückt hat. Wird auf dich geschossen? Ne, ich habe geschossen. Ich schieße immer mal Kartons ab, aus Sicherheit. Ach kacke, ich habe mich getroffen. Unten beim Tresor. Und oben, bei den Juwelen. Ja, wer denn? Steht am Fenster. Der hier? So, grüne, grüne Jacke. Ach so, ah. Der da. Ja. Nice. 55. Gut, jetzt schwer. Das wird jetzt sehr schwierig. Hm. Hm. Wo ist das denn die ganze Zeit? Oh, das war's. Ich wollte schon jemanden abschießen. Ich dachte, die wären ehrenlos. Ich habe alles alleine gemacht. Alles alleine. Ja, der trollt immer. Ich habe den Panzerfaust-Dude gespielt, der sich durch die Gegend schleudert. Hm. Ich war's. Ich war's. Ich bin Lorz. Vielen Dank.